Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video zur Lehrveranstaltung Grundlagen Informatik. Mit diesem Video starten wir eine ganze Reihe von Videos, mit denen wir also die Programmierung in C nach und nach lernen werden. In diesem ersten Video geht es um die Entwicklungsumgebung, hier Visual Studio, und um ein erstes Programm, das wir schreiben, das ist nämlich Hello World. So, wenn man Visual Studio nach der Installation und Einrichtung das erste Mal öffnet, sieht der Begrüßungsbildschirm so aus wie das, was hier dargestellt ist. Hier auf der rechten Seite bekommt man Möglichkeiten angeboten, um Projekte oder Code, der schon existiert, zu öffnen, um den dann weiter zu bearbeiten. Und das eben aus verschiedenen Quellen, also entweder aus einem Repository oder eben aus einem bestehenden Projekt oder aus irgendeinem lokalen Ordner. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, ein neues Projekt zu erstellen. Das wollen wir gleich machen. Dazu aber nochmal, hier auf der linken Seite, der Bereich, der leer ist, da werden einem dann auch Projekte angeboten, die weiter zu bearbeiten, die man schon mal erstellt hat. Hier, diese Liste ist jetzt noch leer, deswegen steht da nichts. Aber wenn man Visual Studio dann ein zweites Mal öffnet und man dann ein Projekt schon angelegt hat, dann wird man das hier wiederfinden. So, wir wollen aber bei Null anfangen, also erstellen wir jetzt hier also ein neues Projekt. So, wir wollen jetzt hier, um mit dem Programmieren in C zu beginnen, zunächst mal eine Konsolenanwendung erstellen. Und das machen wir unter Verwendung dieses Windows Desktop Assistenten. Der navigiert uns jetzt also dadurch, durch die Einstellung für das Projekt, das wir jetzt machen wollen. Wir wählen also das hier aus. Und jetzt müssen wir einen Projektnamen vergeben. Ich nenne das Projekt My First Visual Studio Project. Das wird in einem Ordner abgespeichert, der hier gegeben ist. Den lasse ich auch so, wie das ist. Und eine Projektmappe, die erstellt wird, das werden wir gleich noch sehen, die heißt eben genauso auch wie das Projekt, das ich erstellt habe. So, hier wird nochmal nachgefragt, was für eine Anwendung wir denn erstellen wollen. Und das, was hier vorgewählt ist, also eine Konsolenanwendung, ist richtig. Wir wählen aber zusätzlich noch die Option leeres Projekt. Wir wollen also, dass das Projekt wirklich komplett leer ist und wir alles von Hand auf aufbauen müssen. So, das Projekt ist also erstellt worden. Und das wichtigste Fenster, das wir uns jetzt zunächst mal anschauen, ist der Projektmappe Explorer. Hier finden wir zunächst einmal die Projektmappe mit dem Namen My First Visual Studio Project, den wir also vorher vergeben haben. Und in diesem Projektordner findet man vier Ordner. Die wichtigsten Ordner sind jetzt für uns zunächst mal die Header-Dateien, die Quell-Dateien und die Resource-Dateien oder die Ressourcen-Dateien. So, wenn wir jetzt ein C-Programm erstellen wollen, dann müssen wir in den Quell-Dateien zunächst einmal eine C-Datei hinzufügen. Dazu klicken wir hier auf Quell-Dateien mit dem Rechtsklick und sagen hinzufügen, neues Element. Hier bekommen wir jetzt mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Wir wollen eine C-Datei hinzufügen. Also uns wird hier nur eine Cpp-Datei angeboten, das ist also eine C++-Datei. Die wählen wir aus und entfernen bei der Dateiendung das PP und haben dann eine C-Datei. So, und den Namen dieser C-Datei, den können wir erst mal vergeben, wie wir wollen. Ich nenne die Main.C. Und das fügen wir dem Projekt hinzu. So, jetzt sieht man also, diese C-Datei ist jetzt in dem Ordner Quell-Dateien hinzugefügt worden. Und hier in dem linken Bildschirm sieht man jetzt auch den Text-Editor, in dem wir jetzt also unser Programm in der Main.C erstellen können. Okay, also damit haben wir jetzt erstmal alle Grundlagen geschaffen, um überhaupt zum Programmieren zu kommen. Und jetzt können wir unser erstes kleines C-Programm schon erstellen. Das erste, was man wissen muss bei der Programmierung in C ist, dass C eine funktionsorientierte Programmiersprache ist. Das heißt, im Grunde steht sämtlicher Programmcode, den wir schreiben, in Funktionen. Und es gibt eine Funktion, die in jedem C-Programm enthalten ist, die als erstes aufgerufen wird, wenn also das Programm gestartet wird. Und das ist die sogenannte Main-Funktion. Die schreiben wir jetzt zunächst mal. So, im Grunde ist das schon ein lauffähiges C-Programm. Was wir hier stehen haben, ist unsere Funktion Main. Eine Funktion kann Übergabeparameter haben, die in den Klammern nach dem Funktionsnamen angegeben sind. Wenn man da nichts reinschreibt, hat die Funktion eben keine Übergabeparameter, wie in dem Beispiel. Und eine Funktion kann genau einen Rückgabewert liefern. Wenn die Funktion keine Rückgabe liefern soll, dann ist der Typ des Rückgabewerts nichts, also Void. Void ist hier das Schlüsselwort, um kenntlich zu machen, dass die Funktion nichts zurückgeben soll. So, also was macht unsere Funktion jetzt hier? Der Inhalt, also das, was die Funktion macht, das steht in diesen geschweiften Klammern. Und da steht einfach nichts drin. Und das ist auch das, was die Funktion macht. Nichts. Also, das Programm können wir jetzt schon kompilieren. Dazu gehen wir auf Debuggen. Und sagen, starten ohne Debuggen. Und jetzt sehen wir hier die Ausgabe des Programms. Es ist gar keine Ausgabe. Das ist nämlich die erste Zeile hier in der Konsole, die leer geblieben ist. Und darunter kommt nur eine Information zu dem ausführenden Programm. Und das wurde mit dem Code 0 beendet. 0 heißt, es ist kein Fehler aufgetreten. Also soweit alles gut. Unser erstes C-Programm ist ziemlich langweilig. Macht nämlich genau gerade gar nichts. Aber es ist zumindest schon mal fehlerfrei kompiliert worden. So, das erste sinnvolle Programm, das man typischerweise schreibt in einer Programmiersprache, in der man sich neu zurechtfindet, ist das sogenannte Hello World. Also eine Ausgabe mit dem Text Hello World. Man grüßt also die Welt. Und das machen wir jetzt hier auch. Für die Ausgabe von Textzeilen gibt es eine andere Funktion, die man nutzen kann. Und das ist die Funktion Printf. So heißt die. Damit wir die aber nutzen können, müssen wir zunächst mal eine Bibliothek einbinden. Und das machen wir über folgenden Befehl. So, das ist also dieser Befehl include. Und dann kommt in eckigen Klammern stdio.h. Also Standard Input Output. Dafür steht diese Abkürzung. Und dieser Befehl include ist eigentlich gar nicht für den Compiler gedacht, sondern für den Präprozessor. Das ist also im Grunde eine Einheit, die dem Compiler vorgeschaltet ist und Ersetzung vornimmt. So, jetzt können wir also, nachdem wir diese Bibliothek eingebunden haben, auch die Funktion Printf nutzen. Und das machen wir jetzt. Printf ist also der Funktionsname. Und so ruft man die Funktion auf. Und diese Funktion Printf bekommt jetzt ein Übergabeparameter. Und der steht hier in den runden Klammern. Und zwar wollen wir jetzt einen Text ausgeben. Und den Text, den geben wir an in doppelten Anführungsstrichen. Wir schreiben also Hello World, wir grüßen die Welt. Und dann habe ich noch ein Backslash N hinzugefügt. Das ist ein Zeilenumbruch, der dann in der Konsole auch dargestellt wird. So, das ist jetzt also unser erstes Programm, in dem tatsächlich auch etwas passiert. Das Ganze wollen wir jetzt laufen lassen. Und hier bekommen wir die Ausgabe in der Konsole Hello World. So, damit haben wir jetzt erstmal die grundlegenden Dinge kennengelernt, um uns in der Entwicklungsumgebung überhaupt zurechtfinden zu können. Und wissen damit erstmal zu diesem alles, was wir brauchen, um den Einstieg in die Programmiersprache C zu finden. Das ist eine Nachbarschaft C zu finden. Untertitelung des ZDF, 2020